hallo minecraft freunde ich hatte euch ja noch versprochen dass ich euch zeige wie man ob die fallen für minecraft 1.10 installiert und genau das will ich euch jetzt zeigen dazu brauchen wir optifine hier diese version das geht für 1.10 und 1.10.2 diese version gut dazu klicken wir hier auf download und wenn ihr das macht landet ihr hier so egal was hier unten steht da kann zehnmal hier download jetzt lade es hier runter oder was auch immer nein hier unten wollt ihr nichts es sei denn es interessiert euch tatsächlich aber das glaube ich eher weniger wir wollen hier oben rechts auf werbung überspringen dann landen wir hier und dort klickt ihr dann auf download optifine 1.10.2 ht uc 1.1 ist klar okay dann klicken wir mal drauf dann öffnet sich ein download ordner ein download fenster so dort bestimmt ihr dann wo es hin installieren installieren hin speichern wollt also runter laden wollt ich empfehle euch vorzugsweise auf den desktop damit ihr es auch definitiv wieder findet oder einen anderen ordner wo ihr genau wisst wo es zu finden ist ja also immer darauf achten dass es deinen speichern wo es auch wieder findet ok ich mache das jetzt nicht weil ich habe das ja schon abbrüchen dann öffnen wir mal den ordner wo was hin gespeichert haben ja ihr seht schon ich habe hier das machen wir mal runter hier ihr seht schon ich habe hier auch schon den shader runtergeladen der derzeit bei mir sozusagen mein lieblings shader momentan ist neben dem blue shader gut wie machen wir da jetzt weiter da gibt es jetzt drei möglichkeiten möglichkeit nummer eins einfach doppelklick und installieren oder rechtsklick öffnen und installiert oder was auch bei vielen oft ist dass dann windows nicht erkennt womit es das öffnen soll in dem fall öffne mit und java auswählen ganz wichtig java das wird mit java geöffnet so ich klicke jetzt einfach auf öffnen weil mein computer weiß womit das öffnen muss so hier standardmäßig ist es auf den standard ordner von minecraft eingestellt also c users pc name updater roaming minecraft wenn das so bei euch steht und ihr minecraft standardmäßig installiert hat und keinen anderen ordner zugewiesen habt dann könnt ihr alles so lassen und braucht nur auf installieren klicken solltet ihr aber minecraft woanders installiert haben also nicht unter c ihr update roaming minecraft dann bitte hier auf die drei punkte klicken und den entsprechenden ordner raussuchen so ich brauche da nichts zu ändern ist er standardmäßig bei mir einfach auf installieren das geht recht fix optifine ist circus fully installed so und wenn ihr das dann habt standardmäßig wird eigentlich optifine sich selbst schon aus wenn man so will ihr seht hier ich habe da vorher nur das drin gehabt jetzt habe ich hier optifine gut dann starten wir einfach mal ihr werdet dann feststellen dass sich euer grafikmenü ein wenig verändert so machen wir das mal runter hier ihr werdet feststellen dass sich euer grafikmenü ein wenig verändert und zwar moment optionen grafikeinstellungen ihr seht dann hier so was wie shader effekte details animationen sonstiges leistungen qualität da könnt ihr alles einstellen dann könnt ihr es auch ein bisschen runter drehen bisschen höheren je nachdem je nach leistung eures computers dafür ist mich optifine gedacht damit euer pc etwas flotter läuft oder euer spiel etwas flotter läuft damit dann ein bisschen mehr fps rüberkommen nicht so ruckelig läuft für ist im grunde für etwas schwächere pc gedacht eigentlich aber optifine hat noch einen feinen effekt neben effekt nämlich den shader effekt ja da können wir hier dann rein so interne shader das macht eigentlich überhaupt nichts hier das ändert gar nichts wenn ihr da noch kein shader drin habt auch nicht schlimm könnt ihr runterladen zu meinem lieblings shader derzeit moment jetzt muss man gerade gucken da haben was da kommt ihr dahin link packe ich euch noch in die video beschreibung das scrollt ihr runter bis hierhin ich habe mir hier den extrem runtergeladen welchen ihr euch runterladet entscheidet bitte selber je nach eurem computer was euer computer schafft gut wenn ihr das dann habt also hier draufklicken dann landet ihr da okay die werbung werde ich überblenden das heißt ich werde da ein bisschen ihr werdet da wahrscheinlich nur weiß sehen weil nee das muss ich nicht haben zumindest nicht in meinen videos das werde ich überblenden so wenn ihr dann das ja und wie gehabt hier auch wieder darauf achten hier unten wollen wir nichts wir wollen hier oben rechts auf werbung überspringen dann landet ihr hier so wenn ihr dann hier seid da einfach auf download klicken dann öffnet sich üblicherweise wieder das downloadfenster ordner aussuchen vorzugsweise auf dem desktop oder einen ordner wo ihr definitiv das ganze wieder findet so wenn ihr das dann habt so wie ich zum beispiel moment jetzt muss ich mal gerade gucken dass ich hier nicht den falschen ordner aufrufe da haben was so da ist unser silo scheder sowie bekommen wir den jetzt da rein gern selber ich mach das mal hier so ein bisschen hoch sortieren wir das ganze so ein bisschen sowie bekommen wir den jetzt rein wir machen jetzt hier klicken hier auf shader effekt ordner dann öffnet sich dieser ordner dann ziehen wir einfach diesen da rein mehr ist das nicht und schon haben wir shader und damit ihr seht dass das auch funktioniert moment ich muss das erst auswählen so fertig so damit ihr seht dass es auch funktioniert werde ich jetzt mal kommen das machen wir mal groß fertig einzelspieler neue welt ja ich mache das mal kreativ ich bin nicht gleich verrecken wenn ich darauf kommen das habe ich mir auch schon ein paar mal gehabt neue welt erstellen dann gehen wir mal darauf so und ihr seht schon wir haben hier schilder cool oder ja so einfach ist das doch haben wir gleich ein erfolg erzählt so einfach ist das mehr ist das nicht einfach optifine installieren also optifine herunterladen starten auf installieren klicken fertig ist das ding dann braucht ihr nur noch den shader in den entsprechenden ordner habe ich euch gezeigt wie ihr da dran kommt also ganz einfach hier halt ressourcenpakete wollten wir jetzt nicht grafikeinstellung shader effekte effekt ordner da haben wir den ordner okay ich hoffe es war hilfreich für euch sage bis zum nächsten mal und tschüss und und Bis zum nächsten Mal.